Möchtet ihr euch erinnern, wenn es in dir erwachsen wurde? Gibt es den Moment rückblickend? Den Tag, wo wir am Morgen verwachet sind und denken, jetzt ist es passiert. Jetzt bin ich erwachsen. Meine Tochter hat gefragt. Sie hat die Woche zu mir gesagt, erwachsen ist man dann, wenn man eine eigene Wohnung hat und regelmässig geht, joggen. Es ist eine sehr interessante Definition von erwachsen sein. Es hat aber auch wirklich etwas. Kein Teenager, ausser er ist jetzt vielleicht gerade in einem Lichtathletik-Nachwuchskader, aber normalerweise geht kein Teenager freiwillig joggen. Erwachsene joggen. Das mit der eigenen Wohnung, da bin ich nicht so sicher. Da musste ich ein bisschen länger darüber nachdenken. Übrigens etwas, das ich sehr schätze an meinem Teenager-Kind. Es ist zwar gerade ein verdammter pubertierender Zombie, aber sie bringt mich etwa einmal zum nachdenken. Ich glaube im Fall nicht, dass mit der eigenen Wohnung, das macht einen noch nicht erwachsen. Meine ersten zwei, drei Wohnungen haben ausgesehen, als würden dort ein halbes Dutzend tragensüchtige Kinder in einer WG zusammenwohnen. Und ich habe allein gewohnt. Also weiter weg zu erwachsen. Im Vergleich zu der Wohnung meiner Mutter zum Beispiel, wo immer schon schön jedes Töpfchen, jedes Topfpflänzchen, sein Plätzchen gab, farblich assortiert. Natürlich auch zum Sofa und zu den Vorhängen. Vorhängen? Vielleicht sind es die Vorhängen. Erwachsene Menschen haben in ihren Wohnungen Vorhängen? Ich hatte sehr lange keine Vorhängen. Und im Fall nicht einmal, als mein Kind auf die Welt kam, als ich Vater geworden bin, hat sich das besonders erwachsen angefühlt. Dort habe ich mehr gedacht, was für ein Witz von der Evolution. Ausgerechnet mir trug man so ein krisenschutzbedürftiges Lebewesen in Arm. Frau Gisler, du bist jetzt verantwortlich, dass das nicht stirbt. Und dass ich 20 Jahre als gesundes Mitglied von dieser Gesellschaft wird. Das ist fahrlässig. Ich kann das nicht wirklich beschützen, habe ich dort gedacht. Ich bin ja selber noch ein Kind mit 30. Ich glaube, das erste Mal, als ich mich richtig erwachsen gefühlt habe, das war vor ein bisschen mehr als drei Jahren, also weit über 40, wo ich, ohne dass mich jemand dazu gezwungen hätte, ganz freiwillig, aus eigenem Antrieb heraus, ein drittes Säulekonto eröffnet habe. Die Altersvorsorge geregelt, eine eigene Wohnung mit Vorhängen und regelmässig zu joggen. Dann mein Kind, dann bist du erwachsen, suche du dir jetzt zum ersten Mal eine Lehrstelle. Und dann sie, ja, ich weiss nicht welcher Beruf. Und ich, du kannst alles werden, was du willst. Wenn ich nochmal so alt wäre wie du, ich würde ein Begatter-Lehr machen und sie, du meinst Bestatter. Nein, Begatter mit eigenem Begattungsinstitut oder Scherzbischof. Hey, Alter, du bist so überhaupt noch nicht erwachsen worden. Komm mal, der Giselschiesel. Und my main man Tom Gisela, Gisela, Gisela. Also unter meinen Achseln riecht es immer noch klein nach Teenager. Smells like Teen Spirit! Musik